Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago Video zum T34 Multiview. Wir schauen uns hier die zwei Tasten an, OP1 und OP2, also Operation 1 und Operation 2 und was man damit eigentlich anstellen kann. Der T84 Multiview kann ja bekanntlich im Vergleich zu anderen Taschenrechnern möglicherweise nicht allzu viel, aber er hat zwei Tasten, die für zwei Operationen sozusagen frei sind und man kann da einfach irgendwelche Rechenoperationen dahinter legen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zwei Möglichkeiten zeigen. Erstens einmal, was man überhaupt damit machen kann und zwei Möglichkeiten offenbaren, die man möglicherweise sich hier zum Beispiel zunutze machen kann, je nachdem natürlich in welcher Schulstufe man diesen Taschenrechner verwendet und was ihr damit vorhabt. Das heißt, eine Möglichkeit zum Beispiel wäre, dass man sich mithilfe dieser Operation, also man kann hier wirklich eine Rechenvorschrift sozusagen abspeichern. Man könnte jetzt eben zum Beispiel hergehen und sagen, ich kann mir damit eine Art Wertetabelle für meine Funktion generieren. Das heißt, du kennst ja zum Beispiel das Problem, dass man jetzt eine Funktion hat und jetzt braucht man eine Wertetabelle und die würde man sich gerne jetzt ausrechnen zum Beispiel. Da gäbe es jetzt eben die Möglichkeit, dass man hergeht und sagt, ich kann mir zumindest mit Hilfe dieser Rechenoperation eine solche Tabelle zumindest teilweise generieren. Und zwar wie folgt, man kann jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt eine Funktion hergenommen, f von x ist gleich x hoch 3 minus 6x² plus 9x. Die würde ich jetzt hier bei set ob 1 zum Beispiel eingeben. Also ihr müsst da mit second natürlich dann hergehen. Und jetzt könnt ihr hier bei dieser Operation einfach irgendeine Rechenvorschrift sozusagen eingeben. Und ich würde jetzt eben hier hergehen und sagen x hoch 3. Dann haben wir in weiterer Folge minus 6x hoch 2. Und dann haben wir noch plus 9x. So, und ich möchte jetzt eben zu dieser Funktion hätte ich jetzt gerne eine Wertetabelle. Und die kann ich jetzt, zuerst muss ich mal die Operation nehmen, mit enter abspeichern sozusagen. Und wenn ich jetzt eben eine Wertetabelle brauche, muss ich natürlich meine x-Werte entsprechend zuerst einmal bekannt geben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für den x-Wert den Wert 1 gerne hätte, müsste ich jetzt hier hergehen und sagen 1 sto x. Also sto ist der Befehl, um einen Wert zu speichern sozusagen. Dann habt ihr eben stehen 1 Strich x. Also so ein Pfeil und dann x. Enter, somit ist für x1 gespeichert. Und jetzt kann ich hier hergehen und sagen, meine Rechenoperation durchführen. Und wenn ich eben für x1 einsetze, kommt hier 4 raus. Und sagen wir, ich brauche es jetzt für die 2. Dann sage ich 2 sto x. Drück Enter und dann könnte ich wieder die Operation durchführen. Und dann kriege ich hier den Wert 2 zum Beispiel raus. Und genauso kann man jetzt eben weitermachen, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir nehmen ja nicht wegen die 5 sto x. Also je nachdem, was ihr halt braucht. Ihr könnt es dann auch in Halbschritten oder sonst irgendwas das Ganze machen. Und dann einfach wieder die Operation durchführen. Da braucht ein bisschen der Taschenrechner. Und wenn ich jetzt eben 5 einsetze für x, kommt jetzt zum Beispiel 20 raus. Nicht irritieren lassen, dass da steht immer 1 ist gleich 1. Wichtig ist eben, ihr habt zu x5 eingesetzt und dadurch kommt hier insgesamt 20 raus. Das heißt, ihr könnt euch eben Funktionswerte, also einfach eine Wertetabelle für eure Funktion, einfach so auch generieren. Ist jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt der simpelste Weg. Und es gibt auf anderen Taschenrechnern eine durchaus einfachere Lösung. Aber es ist eine Möglichkeit eben, wenn man sich als Operation sozusagen die Funktion selbst abspeichert und gerade wenn man mehrere x-Werte einsetzen soll, dann kann das natürlich schon in Summe einiges an Zeitersparnis bedeuten, als wenn man da jedes Mal das Einzelne eintippen müsste. Eine zweite Möglichkeit, ich cleare jetzt hier mal das Fenster. Es geht dann schon ein bisschen weiter. Und das ist schon, sage ich jetzt mal, Advanced Level. Wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, dass wir hergehen und uns den kompletten binomial verteilte Formel sozusagen hier eingeben. Die lautet ja normalerweise n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k. So, das heißt, wir haben hier insgesamt schon drei Werte, die wir eigentlich brauchen und haben aber weder ein n noch ein k noch ein p als Variable hier eigentlich zur Verfügung. Entsprechend sollten wir uns das ein bisschen abändern und das n als y hernehmen. Das k ist unser x und das p nehmen wir jetzt einfach mal z. Die Binomialverteilung für all jene, die jetzt vielleicht von der Unterstufe her zuschauen, das ist eine Möglichkeit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die werdet ihr dann in der Oberstufe kennenlernen. Solltet ihr in der Oberstufe noch diesen Taschenrechner haben, dann wäre das eben zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man damit umgeht. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was es für Möglichkeiten grundsätzlich gibt. Wir nehmen jetzt hier die Operation 2, weil die 1er ist ja noch für unsere Funktion sozusagen belegt. Die könnte man natürlich überschreiben, auch wenn man möchte, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Second Operation 2, geben jetzt hier die zweite Operation ein. Jetzt brauchen wir mal diesen Binomialkoeffizienten, das heißt, da werden wir das am besten in Klammer setzen. Und hier geben wir jetzt einmal das y ein. Da müsst ihr einfach zweimal auf die x-Taste drücken, dann kommt es zum nächsten Buchstaben. Diesen Binomialkoeffizienten findet ihr hier bei PRB. Da wählt ihr dann das NCR aus. So, und dann können wir hier das x eingeben, Klammer zu, mal, dann haben wir als nächstes z hoch x. Das heißt, wir haben hier 1 zu 3 mal drücken, das Ganze hoch x. Und dann haben wir noch in weiterer Folge das Ganze mal, Klammer auf, 1 minus z, Klammer zu, hoch, y minus x. Also wie gesagt, ihr könnt hier natürlich auch alle möglichen anderen Gleichungen, die euch gerade so unterkommen, von denen ihr irgendwie mehrere Werte oder mehrmals diese Berechnung durchführen müsst. Es wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit da, dass man hier, wenn es jetzt in Richtung Finanzmathematik oder sonstigen was geht, hier natürlich eine Barwert- oder Endwertformel abspeichert und entsprechend dann hier mit dieser dann wieder agiert und sich halt die 2, 3 Parameter jedes Mal vorher halt eingibt. Wir machen es jetzt, wie gesagt, weiter mit Binomialkoeffizienten. Wenn ich jetzt hier Enter gedrückt habe, damit das Ganze hier abgespeichert ist als Operation 2, dann können wir hier jetzt als nächstes folgendes machen, müssen jetzt natürlich x, y und z sozusagen definieren. Das heißt, sagen wir, wir haben unser n sind jetzt 20, weil wir eben einen Versuch mit 20 Personen machen zum Beispiel. Das heißt, unser y müssen wir jetzt einmal mit 20 abspeichern. Das Gute ist bei der Binomialverteilung natürlich, dass das n und das p ja normalerweise für das Beispiel gleich bleiben. Sagen wir, wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 10%, also 0,1. Das speichern wir jetzt als z ab. So, und dann wollen wir die Wahrscheinlichkeit, dass genau eine Person von diesen 20, meinetwegen eben das Ereignis mit 10% eintritt. Das heißt, wir werden das hier noch als x abspeichern und somit werden jetzt alle drei Parameter eingegeben und wir können jetzt einfach die Operation 2 durchführen lassen und erhalten jetzt hier eben die Wahrscheinlichkeit, dass genau einer das und das Ereignis sozusagen hat, liegt eben hier zum Beispiel bei 27%. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für 4 oder sonst irgendwas ausrechnen wollen, dann bräuchte man nur die 4 jetzt da als x abspeichern, weil, wie gesagt, y und z, also das n und das p, bleiben im Prinzip gleich und dann könnte man hier wieder die Operation durchführen und dann sehen wir, dass zum Beispiel für 4 die Wahrscheinlichkeit nur noch bei 8,97 oder 98 in dem Fall liegt. Ja, das waren die zwei Operatoren-Tasten sozusagen, da wollte ich euch einfach mal zeigen, was man damit alles anstellen kann. Wie gesagt, der Kreativität ist hier keine Grenze gesetzt im Grunde genommen. Die Frage ist, wie viel Sinn es dann tatsächlich macht oder wie viel einfacher es ist, wenn man es einfach so eingibt, ist dann halt die Frage. Aber ihr könnt hier euch, wie gesagt, ein bisschen austoben und ein bisschen herumspielen damit und könnt euch vielleicht damit auch ein bisschen das Leben erleichtern natürlich. Gerade wenn es zum Beispiel um eine Wertetabelle geht, also wenn man eine und dieselbe Rechenoperation immer und immer wieder durchführen muss, macht das hier natürlich Sinn, weil man sich halt einfach Zeit spart beim Eingeben. Das war es auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der anderen Videos wiedersehen.